Okay. Das Artefakt also. Wir folgen jetzt mal dem Edward, also dem Jack Cabot. Woh, wohin geht denn der? Hä? Und wenn es nur für kurze Zeit wäre. Oh, wenn das die Wahrheit ist, ist er mir sympathisch. Die Frage ist nur, ob das auch stimmt. Aber gut, erstmal begleiten wir ihn zur Irrenanstalt. Das dunkle Geheimnis der Cabots. Alter Schwede. Okay. Wie weit wir wohl noch laufen müssen? Komm mal auf die Karte. Oha. Ein ganz schönes Stück. Ich frage mich, ob wir uns einfach hinporten lassen können. Na. Äh, was? Was sind bitte das für Geschöpfe? Ein... Juhu! Ein Mr. Handy. Au. 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 So. Okay, der Mr. Handy. Rocknock. Rust? Was sind denn das für welche? Für eine Gruppe. Okay. Das hat wohl auch nicht gesessen. So, hier vorne haben wir auch noch einen. Und da flog das Auge. Ja, dann hol ich das Auge von... Okay. Alter Schwede, dem geht's aber auch nicht mehr so gut. Was sind das denn für welche? So war's das. Okay, Roboter bloß für ein Augenbot-Helm. Hä? Was für komische... Oha. Wir brauchen aber auch ein paar Leben. Uns hat's auch ganz schön mitgenommen. Aber wir haben ja ordentlich was zum Schnabulieren dabei. Hier, da hätten wir doch zum Beispiel... Wo ist denn hier mal was Großes? Hier, wir hätten doch mal ganz unten... ...irgendwo... ...einen Braten. Das Todeskrallensteak. Auch sehr schön. So. Vielleicht gar nicht mal so übel. Aha. Alter. Hä? Na gut. Patränen und Fusionszellen. Na, da müssen wir doch mal kurz vorbeischauen noch bei denen. Schrottpatronen. Oh, Jack Kerber, der Verlauf nicht zu weit weg. Wann ist drei? Nee. Äh. Äh. Hallo, da waren noch mehr. Hm. Hä? Okay, das nehmen wir mal mit. Das hört sich so ungewöhnlich an. Das muss einfach. Oh nein. Haben wir Jack Hammett verloren? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Nein, ich hab doch nur gelootet. Das gibt es doch nicht. Oh, ist der ein ganz gutes Stück weiter vor. Warte auf mich. Äh, was? Was ist das hier? Na gut, keine Zeit. Oh, ich muss mich mal umsetzen. Oha. 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 Ein Notsignal. Oh, da fliegt auch keine Zeit. Verdammt. Hm. Ah, da vorne ist er, ja. Wie sieht es lebenstechnisch aus? Warte, wieder alle. Hier, okay, das ist schon mal gut. Jack, warte. So, noch ein Notsignal. Boah, würde ich mir auch gerne näher anschauen, eigentlich. Wuh, Belox. Haha. Man besiegen, strong. Haha. Obwohl er damit gar nicht Unrecht hatte mit dem Gesicht. Oha, was haben wir hier? Oh nein. Oh nein. Ein Mr. Gatsu. Was macht ein Mr. Gatsu hier? Oha. Oha. Danke, strong. Yo. Manchmal muss man aufhören, wenn es am schönsten ist, strong. Oha. Oha. Okay, mal so ganz auf die Schnelle. Wenn er schon da ist. Würde ich mal sagen, nehmen wir den Akku jetzt mit. Auch wenn das Bein fehlt und ein Arm. Ach, strong. Der mag das nicht, wenn wir in eine Power Rüstung gehen, okay. Aber das macht ihn stronger. Das gefällt strong nicht. So, da müsste doch... Da müsste doch hier irgendwo sein. Check. Da vorne. Gut. Da hat uns der Cabot direkt zu einer Power Rüstung geführt. Ja, das ist doch mal gar nicht so übel. Die würde ich eigentlich gerne irgendwo abstellen. Jawohl, 24 Batterien davon. Langsam geht das voran. Finde ich mal gar nicht so übel. Das Radium, die wäre, oha, was sind wir denn, was sind wir denn hier? Das sieht auch sehr gut. Oh nein. Oh nein. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Oha. Mit einem schönen Totenkopf dran. Nein. Äh. Alter, sogar strong in die Knie getrunken. Mit einem schönen Totenkopf dran. Und das war sehr, sehr gut. Und ein paarasybери. Ich bin echt nicht in die Knie. Oha, sonst ist das nicht. Ja, ich bin noch nicht in die Knie. Ich bin noch nicht in die Knie. Ich bin noch nicht in die Knie. Alter. Welta! Ja, weiss! Oh, das habe ich gerade nicht mitbekommen. Oh, verdammt. Ah, zu selbstsicher. Jetzt habe ich am Schluss nicht mehr auf die Lebenspunkte geachtet. Ich dachte, der Totenkopf ist tot. Das kann es nicht mehr so schlimm sein. Bäh, verdammt. Alter, wie viel er auf dem Weg gelegen hat, das ist ja nicht mehr normal. Da weiß man gar nicht, wohin. Da gibt es so viel zu gucken. Hm, ich frage mich, wo wir gespawnt werden. Hm. Boah, Mist, das ärgert mich jetzt richtig. Verdammt. Naja. Passiert, ne? Äh. Ist das hier wieder der Anfang? Ja. Äh, naja, so ziemlich. Äh, könnte ich theoretisch mich hinspawnen lassen. Eine Kampfrüstung reicht eigentlich aus. Oha. Hm, das Radiumgewehr, ich weiß nicht. Das ist, hm, ein bisschen enttäuschend eventuell. So, Jack. Die Frage ist er auch da. Alter, was ist denn hier los? Alter, Schwede, da hat irgendjemand richtig aufgeräumt. Na ja, das brauchen sie ja alles nicht mehr, also, ne? Aber ich glaub, der Jack ist, glaub ich, angekommen. Oh, okay, super. Gut. Bin ich mal kurz weg, ich bin gleich wieder da. Bis gleich, Leute. Bin ich mal kurz, was ist denn der Mannschaft? Ja. Ja, ich bin jetzt jetzt. Bin ich mal kurzes? Ich bin ja. Ich bin ja. Wie geht's das? Und... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020